Ja, Entschuldigung, wo geht's denn hier zum Bespiel ohne Grenzen? Über den Wolken. Wo ist die Freiheit über Grenzenlos sein? Egalität, Libertät, Fraternität. Französische Revolution? Schon mal was von der polnischen Revolution gehört? Nee, gibt's auch nicht. Rebellische Revolution zu reformieren radikal die repräsentative, aber rückständige Reihenhaushiedung von Gott weiß so. Äh, jetzt weiß ich auch nicht wirklich weiter. Es geht immer weiter. Wirklichkeit ist relativ. Alles ist relativ. E gleich MC Quadrat. A Quadrat muss B Quadrat gleich C Quadrat. Quantentheorie. Mitternachtsform. Ganz schön spannend, was? Äh, ich hab alles. Was ist also das LTT? Und was machen wir hier? Spielen ohne Grenzen. Grenzen? Wir sind doch in der EU. Theater tritt traditionell tagenlose Tugenden. Was würde er jetzt damit sagen? Sag jetzt nichts, lauf lieber ganz schnell weg, wie jetzt. Helges Leben. Das Leben kennt keine Grenzen. Krieg und der Liebe ist alles erlaubt. Wie war denn das jetzt mit den Tugenden? Wie kann ich Tugenden trauen, wenn alles so teuer ist? Daher LTT. Lauter teure Tugenden. Quark. Lettischer Tolliervertreff. Quark. Jyrischer Tanzdruck? Quark, kannst gar nicht tanzen. Gut so, hast du ja Text. Quark, kein Text, alles Impro. Impro am Stück. Und wenn ich doch meinen Text vergess? Vergiss es. Iss es. Hab gestern München gegessen. Schon gesehen? Vogelgrippe am Boden sehen. Also wenn ich auf dem Boden sehe, sehe ich kein Vogelgrippe. Arme Viecher. Ist ja Stier. Stier? Ein Stier. Alle anfangen Stier. Immer während der Tendanten wechseln, integrieren sich in interne Takte, intellektuell inszenierte Improvisationen. Er ist intellektuell geworden. Schön wieder Helge. Schön. Johannes schön. Steigt er auch? Lässt den ganzen Müll in der Öffentlichkeit liegen. Ganz schön schwer Müll zu schreiben auf Streikblockade, will sagen Schreibblockade. Wenn Autoren nicht wissen, was sie schreiben sollen, schreiben sie, dass sie nicht wissen, was sie schreiben wollen. Alter Trick. Getrickste Verträge, vertragte Kontrakte. Tellen freundliche Kontakte. Thema. Bröll Ochs? Ja, stehe auf der Ochs vom Berg. Berge sind groß. Heidis Augen auch. Heidi im Halbfinale. BM in Deutschland. Aber eher Heidi als Deutschland im Halbfinale. Halbfinale hin oder her. Alle Anfangssteher. Ich habe auch mal Fußball gespielt. Bin eher für Billard. Taschenbillard? Tontige Tetratsch-Tanzen tragen tonnenweise Total-Taktlose-Toupets in teuren tasmanischen Tigertaschen. Thema verfehlt. Sitzen. Sechs. Hier ist Parkverbot. Und Rauchverbot. Verbrauchte Parkende Raucher laufen in verrauchten Parks und mit gebrauchten Parks und verstauchtem Verstand. Für bessere Kondition im Studium. Ich gehe jetzt erst mal rauchen.